Ich wage es, dich anzugreifen. Was hältst du davon? Kommst du? Lass dich in Ruhe zerschießen. Das ist genug Zeit. Das steht einfach vor mir und lässt dich in Ruhe zerschießen. Das ist auch geil. Halt die Ruhe weg, der Arme. So. Ich bin dafür, wir holen uns hier Adam. Und dann mache ich auch Schluss. Ich stelle jetzt bewusst keine Fallen auf, weil das bringt im Endeffekt nur Adam-Verschwendung. Äh, Eve-Verschwendung. Deswegen mache ich das nicht. Oder ich nehme das einfach. Ähm. Ich habe Bohrer-Treibstoff, was verkaufen können die auch. Ich muss mich einmal voll kaufen. So. Und sammeln, bitte sammeln. Was viel du kannst. Ich finde es so geil, wenn die reden. Und dann los. Ich finde es so geil, wenn die einfach malplinier. Möge ich noch weinen. Ich vereh es so geil. Aber es ist so geil, aber wenn die regarde sind. Lebt sie noch? Tadaa Immer wieder gern Ich hab Leben verbraucht damals Hey unser Geschütz ist wieder da Das geht also wirklich nie aus Hmm Ich werde mich gleich in der Big Sister angreifen Den Spaß gönne ich mir mal demnächst Was meint ihr was ich für Augen mache Wenn ich die abgebe und dann kommt eine Big Sister an und macht mich kaputt Olla Alphaserieforschung Munitionskapazität erhöhen Tunk 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 Aua ich bin gestorben Ich hatte nicht abgespeichert Ich hab vergessen abzuspeichern Dann speichere ich jetzt nochmal schnell ab Ja ich hab ein bisschen EVE und Leben verloren Aber was weiß Kriege ich ja eh gleich wieder nach Ich hab ihn mit Ich hab ihn mit Was zum Hänge ist denn hier los? Ruhe! Ist jetzt immer gut, ey. Herrschaften, was war hier los? Action ohne Ende. Ich wollte nur mal zur Ruhe kommen. Und dann kommt immer ein Gegner nach dem anderen. Hallo, so schlimm ist das sogar nicht. Aber dann kommt doch keine Big Sister, oder wie? Hör schöne Musik im Hintergrund, muss ich sagen. Hey, da ist ein Wort. Der ist jetzt auf meiner Seite. Boah, so viele Opfer liegen hier rum, ey. Das ist der Wahnsinn. Der pure Wahnsinn. Für Bohrtreibstoff habe ich... Boah, das geht ja noch. So, und Leben kriege ich ja hier. Und ja... Nehme ich das noch. Okay, hier speichere ich ab. Hier ist das gut. Wir sind doch sehr weit gekommen. Dann wollen wir mal gucken, ob uns nächstes Mal eine Big Sister angreift. Ich werde Spaß haben, denke ich. Denn damit werde ich nämlich nicht rechnen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.